für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren auf den Tribünen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme zum Gesetzentwurf der FDP zurück. Liebe FDP, mit Ihrem Gesetzentwurf wollen Sie die Mini- und Midijobs deutlich ausweiten. Und Sie, Herr Kober, nennen das auch noch gerecht. Ich sage Ihnen, mit Gerechtigkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist mit der SPD nicht zu machen. Die Konjunktur boomt, die Arbeitslosenzahlen sinken. Warum, so frage ich Sie, wollen Sie gerade jetzt noch mehr Minijobs? Der Wirtschaft geht es blendend. Wäre es da nicht angebracht, endlich auch einmal an die Beschäftigten zu denken? Wie wäre es mit guter Arbeit, unbefristeten, sicheren Arbeitsverhältnissen, fairen Löhnen, die vor Armut schützen und gerechten Aufstiegschancen? Eines ist sicher. Mit Minijobs und einer Ausweitung des Niedriglohnsektors, den Sie ja wollen, erreichen Sie das nicht. Minijobs führen glasklar in die Sackgasse. Sie sind eben kein Sprungbrett in eine reguläre, sozial abgesicherte Beschäftigung. Das ist durch zahlreiche Studien belegt. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Kober? Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, das wollen Sie ja auch gar nicht. Sie fühlen sich ausschließlich den Unternehmen verpflichtet. Das dokumentieren Sie ganz klar auch mal wieder mit Ihrem heutigen Gesetzentwurf. Die Arbeitgeber sind es, die von den kleinen, schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen profitieren. Denn Minijobs bieten für Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität im Niedriglohnsektor. Besonders in kleinen und mittleren Betrieben haben Minijobs oft reguläre Beschäftigung schon verdrängt. Ganze Branchen leben inzwischen überwiegend von Minijobberinnen und Minijobbern. Im Dienstleistungssektor, vor allem auch in ländlichen Regionen, gibt es oft überhaupt keine ordentlichen Beschäftigungsalternativen mehr. Darunter, meine Damen und Herren, leiden vor allem die Frauen. Denn Minijobs sind nach wie vor eine Frauendomäne. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine schlechte Entwicklung. Die müssen wir stoppen. Ich freue mich deshalb über jede Erhöhung des Mindestlohns. Denn sie führt dazu, dass im Minijob immer weniger Stunden gearbeitet werden kann. Auf diese Weise werden die Minijobs für Arbeitgeber hoffentlich sehr bald so unattraktiv, dass sie endlich wieder gute, sozial abgesicherte Arbeitsplätze anbieten. Das, meine Damen und Herren, ist der richtige Weg. Geradezu zynisch ist es, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, in Ihrem Gesetzentwurf behaupten, Sie würden durch eine Ausweitung der Minijobs das Armutsrisiko in Deutschland verringern. Fakt ist, dass gerade die vielen Minijobs das Armutsrisiko für die Betroffenen immer weiter in die Höhe treiben. Ja, richtig. Viele Minijobberinnen und Minijobber meinen, eine geringfügige Beschäftigung sei eine gute Sache. Sie brauchen keine Steuern und Sozialabgaben zu zahlen. Sie haben das Geld, also Cash auf der Hand. Man muss sehen, für Rentnerinnen und Rentner, da gebe ich Ihnen recht, und auch für Studierende sind Minijobs eine attraktive Zuverdienstmöglichkeit. Wie aber sieht es mit den Millionen Menschen aus, die sich oft mit mehreren Minijobs durch ihr gesamtes Berufsleben hangeln? Keine Krankenversicherung, keine Absicherung bei Arbeitslosigkeit, jahrelang niedrige Löhne und in der Regel keine Chance, jemals wieder aus den Minijobs herauszukommen. Dazu kommt, keine Absicherung im Alter. Über 80 Prozent der geringfügig Beschäftigten lassen sich vom Arbeitnehmeranteil der Rentenversicherung befreien und erwerben dadurch überhaupt keine Rentenansprüche. Diese Menschen haben übrigens auch keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente im Fall einer Berufsunfähigkeit. Altersarmut, meine Damen und Herren, ist da fest vorprogrammiert. Millionen von hart arbeitenden Menschen werden somit vom Aufstieg und Wohlstand systematisch abgehängt. Die FDP befördert das mit dem Gesetzentwurf, den sie uns heute vorgelegt haben. Dazu sagen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nein. Aber natürlich sehen wir auch, dass nicht alle Menschen zu jeder Zeit ihres Berufslebens in Vollzeit arbeiten können. Wenn Kinder da sind oder Angehörige gepflegt werden müssen, bleibt als Möglichkeit, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, oft nur der Minijob. Das, meine Damen und Herren, werden wir jetzt ändern, zum Beispiel mit der Brückenteilzeit. Die werden wir hoffentlich schon in der nächsten Woche durch das Parlament bringen. Mit der Brückenteilzeit ermöglichen wir es Millionen Beschäftigten in regulärer Beschäftigung, ihre Arbeitszeit zu verkürzen und dann rechtlich abgesichert wieder voll einsteigen zu können. Wichtig ist dafür aber natürlich, dass wir Menschen aus prekärer Beschäftigung, also aus Unsicherheit, schlechter sozialer Absicherung, mieser Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen herausbekommen. Frau Kollegin, denken Sie an die Redezeit. Sie sind wieder mal drüber. Das ist nur mit guter Arbeit und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu erreichen. Und dafür kämpfen wir. Vielen herzlichen Dank. Ich ziehe nämlich, wenn Sie überziehen, den anderen Kollegen ab. Dann müssen Sie es in Ihrer eigenen Familie austragen. So, nächste Rednerin Susanne Ferschl für die Fraktion Die Linke.